So, grüße euch, hallo, herzlich willkommen, bevor ich hier weiter labere mit euch. Gehen wir erstmal eine Runde pennen, denn wir haben in der letzten Folge den Behemoth zum ersten Mal zu Gesicht bekommen. Und wir haben ihn auch, äh, ja, ge-besiegt. Genau das wollte ich sagen. Müssen wir die Trophäe noch abgeben, denn wir haben jetzt hier auch noch Chocobos mit am Start. Nice, 129 FP, jo, und Talentstufe gestiegen, prompto, neuer Filter, Kleinod. Wow, der ist schon Stufe 7. So, Freunde, dann schauen wir mal. Wie dein Kampf siehst du gelassen aus. Ja, Mann, das sieht doch ziemlich fett aus, oder? Alter, das sieht geil aus. So, dieses Foto speichern, ja. Ja, und das speichern wir auch hier, alter. Richtig cool, richtig cool. Ah, das ist schön. Ach, das nehmen wir auch noch mit, komm. Aus. Ich finde es, das sieht auch ziemlich, ziemlich geil aus, alter Verwalter. Yes, das mal. Okay, ähm, ja. Entschuldige, wir schweifen hier ab, denn es ist wieder Tag, hoffentlich. Und hoffentlich hat es aufgehört zu regnen. Das wird es, ja, Chocobos. Jungs, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ausgeschlafen, aufgehört. So, servus. So, wir geben das mal ab. Ihr habt also Nebelauge zur Strecke gebracht. Pots Blitz. Im Namen meiner Chocobos möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Wirklich, tausend Dank. Können wir jetzt reiten? Aber klar doch. Für euch stehen ab jetzt immer Chocobos bereit. Ja, yes. Wir sind wirklich dankbar für die Hilfe. Der Schrecken von Duskay. So, Belohnung. 3.020 Amnestie-Armband bekommen. Jetzt haben wir da 9.256 Gills übrig. Und jetzt... Ja, Aufgabe abgeschlossen. Nice. Komm, wir reiten. Scheiß drauf. Die Chocobo-Vermietung ist nun verfügbar. An Chocobo-Verleiherautomaten kannst du dir einen Chocobo mieten. Nice. Yes. Chocobo-Vermietung. Die können wir füttern. Komm mal. Ich will den streicheln. Chocobo-Vermietung. Chocobo-Vermietung. Hey, du. Oh, der Spinatwachtel. Chocobo-Vermietung. 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 Hey, wir können hier fotografieren. Geil. Ja. Ja. So, wie schaut das Foto jetzt aus? Ihr Affen. Was denn? Was denn? Was ist hier? So, Chocobo-Vermietung. So, Chocobo-Vermietung. So, Chocobo-Vermietung. So, übergewichtige Vögel. Ja, bevor sie hier zu fett werden hier. Sonst rennt das irgendwann mal so rum wie ich. Chocobo. Ah, das sind kleine Chocobos. Oh, wie süß. Kann ich den streicheln? Ui, 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 ui. Ui, sind die süß. Chocobos, 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 Chocobos. Ist das cool hier. Hopp, da reiten wir heute eine Runde. So, wir gehen aber erst mal zu der alten. Recht schönen Tag. Hallo. So, Geschäft. Chocobo, Stufe 1. Oh, sieh dir das Warnangebot an. Okay, Chocobo Ranch. Chocobo. Was? Saloon. Betritt den Chocobo Saloon. Was ist im Geschäft drin? So, Chocobo-Fütterung. Fütter dein Chocobo beim Zelten mit Grünzeugung im Vorübergehen mit positiven Zustandsveränderungen zu stärken. Die Futtermittel haben alle unterschiedliche Wirkungen. Kennst dich aus. So, Mimet-Kraut haben wir hier. So, Gemüse für die Chocobo-Aufzug. Es steigert vorübergehend die Ausdauer des Chocobos und steigert vorübergehend die Sprungkraft des Chocobos. Was, was? Hat er gemeint. Da haben wir mal von jedem zehn Stück raus. So, es sind tausende wenige Scheiß drauf, wir haben die Kohle. So, verkaufen können wir hier was verkaufen. Wir können jetzt tatsächlich auch irgendwie was verkaufen. Behind-Ener, ja, was nehmen wir den, was nehmen wir den. Wir verkaufen mal nix. Ähm, ja, wir lassen das mal so. Ich zum nächsten Mal. Nein, da war doch noch der Saloon. Die Chocobos freuen sich, dich zu sehen. Ja, und ich erst. So, Chocobo Saloon. Nein, bist du bekloppt. Bist du bekloppt. Gib deinem Chocobo einen Namen. Leck mich fett. Oh, gib deinem Chocobo einen Namen, Alter. Wie nennen wir unseren Chocobo? Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Chocobo, okay. Chocobo, Chocobär. Nein, Quatsch. Ach, jetzt dauert es wieder ewig lang. Jetzt dauert es wieder ewig lang. Wie nenne ich meinen Chocobo? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Chocobo, Chocobo. Gib deinem Chocobo einen Namen. Wie kann man den Chocobo nennen? Wie kann man den nennen? Ach, ist das cool, Mann. Okay, wir gehen erst mal raus. Farbe. Samen und Früchte. Benutze Samen und Früchte, um neue Farben für dein Chocobo freizuschalten. Die Grundstoffe zum Färben sind selten und nicht käuflich erhältlich. Können aber von Chocobo reingewonnen werden und werden manchmal auch zum Dank von Whiz verteilt. So, den haben wir ausgefüllt. Wir haben noch den... Oh, der weiße sieht cool aus. Ach, ist das cool. Ach, ist das cool. Wir bleiben aber erst einmal klassisch, oder? Ach, hier ist das noch. Yes, das noch. Ach, ist das cool, meine Fresse. Wir haben jeden eigenen Chocobo. Ja, leck mich fett. Wieso, schaut denn pronto uns nur mit dem Arsch an hier. So. Farbe, welche Farbe ich nehme? So weiß sieht der geil aus, ne? Alter, guck dir den an. Alter, da fällst du doch vom Glauben ab, oder? Wie geil ist denn das, bitteschön. Wir machen es... Wir lassen es erst einmal klassisch, Jungs. Ähm, so. Ich gebe... Wie nenne ich meinen Chocobo einen Namen. Wie nenne ich meinen Chocobo? Verdammte Axt. Speedy? Man weiß es nicht. Ähm... Wie nenne ich meinen Ding? Wackeldackeld. Komm, Speedy ist doch nicht schlecht, oder? Jetzt pass auf. Speedy. Jo, Speedy ist doch cool. Dein Chocobo soll allzu Speedy heißen. Ja, oder? Komm, scheiß drauf. Kann ich den nochmal umändern? Gib dein Chocobo einen Namen. Ach, den können wir tatsächlich umändern. Okay, aber Speedy passt eigentlich. So, Medaillen. Was haben wir hier? Chocobo-Medaillen. Bei Chocobo-Rennen kannst du Medaillen gewinnen, mit denen du dein Chocobo schmücken kannst. Ja! Okay, Replika. Ah, guck mal einen an. Leck mich doch fett. Ah, okay, okay. Replika-Medaillen. So, die Replika eines Chocobo-Renns. Äh, eine Chocobo-Auszeichnung. Das beliebte Souvenir kann als Salzschmuck für Chocobo-Bus verwendet werden, hat er gemeint. Ja, nehmen wir doch einmal mit, hat er gemeint, ne? Wie geil ist denn das? Ja, leck mich doch fett. Chocoboos, Chocoboos. Das wird heute eine Spezialfolie. Mit Chocoboos, jo. Ach, leck mich doch fett, ist das cool. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich habe zu danken, du. Komm, jetzt gehen wir nochmal, bevor wir nochmal reiten, möchte ich hier nochmal, ne? Alter Schwede, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? So, ich mache das jetzt auch nur, weil ich wissen will, wie das Foto ausschaut, wo der Bromdo gerade gemacht hat. So, machen wir ganz, ganz kurz. Rucki, zucki geht es. So, welches Foto? Chocoboos, 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 yeah. Sehr schön, okay. Nein! 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 Ist das jetzt noch da? Bitte, lass es noch da sein. Ich habe es nicht gespeichert, ne? Ich vollpfosten. Ich habe es nicht abgespeichert, Kapitän. Ach, wir saufen mit dem. Jo, der kennt sich aus, du. Bitte, bitte, nein, oder? Ich bin doch ein Vollpfosten. Okay, aber wir können, glaube ich, nochmal ein Foto machen. Das ist, glaube ich, die einzige Rettung. Ach, Gott sei Dank. Wir können nochmal ein Foto machen. Ach, haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück. Jetzt aber nochmal schnell speichern. Ne, brauchen wir ja eigentlich nicht. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Da müssen wir jetzt nicht nochmal extra hin. So, ähm, weißt du was? Komm, wir reiten. Wir reiten jetzt, komm. Das wird so cool, wird das. Ach, wird das cool, ey. Ich möchte aber nochmal kurz hier gucken. Ach, guck mal, das ist ein Camping-Zubehör gibt. Guck mal, das sind kleine Chocobo-Küken. Oh, ich könnte knuddeln, könnte ich dir jetzt, ey. Entschuldige. Ach, guck mal, die rennen hier überall rum. Ach, ist das schön. Oh, Mann, ist das schön. Komm, wir mieten einen, ey. So, Chocobo-Verleih. Wenn du ein Chocobo gemietet hast, kannst du ihn innerhalb der bezahlten Mietdauer jederzeit unter Erkundung im Gegenstandsmenü herbeirufen. Rechts- und Dingerkundung, Gegenstandsmenü, Chocobo rufen. Das Gegenstandsmenü, ach, Gegenstandsmenü, okay. So, Miet-Chocobos, kehren bei Ablauf, die Mieter auf und allein zum Chocobo verleih zurück, falls du gerade auf einem reitest. Wenn die Zeit abläuft, kehrt er zurück, sobald du absitzt. Mit dem Chocobo lassen sich in der Regel alle begehbaren Wege bereiten. Wenn sich dein Chocobo vom Weitergehen sträubt, dann steigt besser ab und lauft zu Fuß weiter. Bestimme die Mietdauer, ach, geil, was kostet denn ein Tag 50 Gild? Das geht noch. Komm, wir mieten ihn mal einen Tag. So, wie geht es nochmal? Gegenstandsmenü, ne? Wertgegenstände, ist das das? Chocobo, Chocobo. BMO-Forn, Alter. Hochverkaufswirt. Gegenstände, oder? Muss es doch sein. Chocobo-Pfeife, eine Pfeife, mit der man seinen Miet-Chocobo rufen kann. Rechts zwei, ah, Etzettler, Etzettler, okay. Ja, ich glaube, so Etzettler, rechts zwei. Und dann rüber Erkundung, Chocobo rufen. Ach, ist das schrill. Ach, ist das schrill. Yes, das na. Hallo. Also, dann? Speedy. Wie cool, wie cool. Ach, wie cool ist denn das? Das war doch ein geiles Thumbnail. Das ist ein geiles Thumbnail. Ich schaue noch auf die Uhrzeit. Yes, das na. Ist das cool, Freunde. Leck mich doch am Fett. Sehr, sehr nice. Wie geil ist denn das? Jungs, wir reiten. Der reitet aber Arsch langsam, ne? Yes, das nice ist ein Lohmarsch. Und der heißt Speedy. Wie rennt man schnell mit denen, Jungs? Ach so. Alter, ist das geil. Ach, ja. Chocobo. Chocobo. Schön ruhig hier. Warte mal, wir können doch ein Rennen machen, ne? Kommt, Jungs, wir machen ein Rennen. Ach, ist das geil. Ach, ist das schön. Ist das schön, hat er gemohnt. Na, dann mal weiter. Kommt er, lass uns gehen. Schon unterwegs. Ui, wir können hier reiten, Freunde. Ach, ist das schön. Und die Musik, die passt dann auch wieder, ne? Ach, warte mal. Wie cool ist denn das? Wie steige ich hier ab? Ich komme immer runter von dem Vogel. Ach, Jungs. Wie steige ich ab? Ich komme immer runter von dem Vogel. Ach, ist das cool. Ist das cool. Triften im Rennen mit links und rechts. Triften im Rennen mit links, zwei. Und rüber. Ah, okay. Ah, wie geil. Alter, was geht mit dem ab? Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Ich komme nicht mehr von meinem Vogel runter. Alter, leck mich doch am Arsch. Entschuldige, ich muss mal bei den Einstellungen schauen. Was könnte das sein? Steuerung, ne? Angreifen, springen. Scheiße. Beschwören. Ich komme nicht mehr runter von dem Vogel, ne? Wie komme ich hier runter? Danke. Vielen Dank, mein kleiner Chocobo. Ja, Chocobo. Chocobo. Komm, machen wir Rennen, Alter. Hey, jetzt Chocobo-Freunde. Hey. Hier könnt ihr beweisen, wie fest ihr im Chocobo-Sattel sitzt. Wie wär's? Seit Nebelauge erledigt wurde, sind die Chocobos wieder munter wie immer. Ich leih euch zwei der Fidelsten, damit ihr euch ein Wettrennen liefern könnt. Und? Seid ihr interessiert? Klar, geil. Möchtest du Chocobo gegen Prompto? So. Bist du bereit, Nog? Ah, wie geil. So, Chocobo, wir sind achtet darauf, was? Scheiße. Ach, ich verkackte es wieder. So, Chocobo, dann reich als erster das Ziel. Wenn du die Strecke verlässt oder die Kontrollpunkte nicht in der richtigen Reihenfolge abläufst, wirst du disqualifiziert. Kennst dich aus. Alter, der hat einen besseren Start gehabt, ne? Alter, wieso ist der so schnell? Wieso ist der so schnell? Junge, warte doch. Warte doch. Da geht noch was. Ah, etzelle. 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 Nein, ich habe keinen Speed mehr. Nicht böse sein. Nein, der haut ab, der Kerl. Scheiße, wie viele Dinge gibt es jetzt? Nein, da ist das Ziel, ne? Fuck. Ich will es nochmal machen. Okay, neue Bestzeit, 1,19. Okay, komm. Wir machen nochmal. Ob das nicht unsere Chocobo? Ach, wie cool. Wenn du während... Was? Mach halt nicht so schnell. Wieso lädt er jetzt so schnell? Das war's. Schade, das war nichts. Nur nicht aufgeben, okay? Revanche, alter. Hallo, wie geht's? Wie steht's? So, bist du bereit, Noct? Jetzt kriegt es gleich einer auf die Nüsse hier. So, Jockey, wenn du ein Wettering gewinnst, dann hältst du Medaillen, Etzelle. So, erreiche als erstes Ziel. Ja, kennen wir ja alles. Fertig. So, auf ein neues, ich bin gespannt. Los, ab die Fall. Alter, dann musst du es genau dosieren, ne? So, mein Lieber. Jetzt müssen wir hier doch, ne? Na, es sieht gut aus, Freunde. Es sieht gut aus. Es sieht echt gut aus. Aber Prompto kommt schon wieder näher, hier. Ja, könnten wir locker schaffen. Was denn, Prompto? Nicht so langsam. Ja! Yes! 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 Wuhu! 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 Ich glaube, ich habe keine Chance. Ja! So, neue Bestzeit. Eine Minute neun. Ich dachte auch, dass er sich nicht verausgabt behalte. Ja! Das war's! Gratulation! Beim nächsten Mal steht ein neuer Parcours bereit. Dann bis zum nächsten Mal! Jo, wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das? Wollen wir es nochmal machen? Ach komm, einmal machen wir noch. Hallo, wie geht's? Wie steht's? Es gibt eine neue Herausforderung. Ach ja? So. Wir machen mal Glädio. Streng dich an. Ich kenne nämlich keine Gnade. Oh, jetzt haben wir aber Angst. So, Schafe gucken Sie nicht zu unterschätzen. Lassen Sie sich jedoch... So, und als erstes das Ziel, ja, ja, kennen wir, ja. Okay, das ist jetzt ne andere Strecke. Fertig! Los! Los! Alter, was geht denn mit dem ab? Alter Schwede, alter Schwede. Ey, Promdo, mach mal halblang hier. Ja, Promdo, Glädius. Junge, bist du schnell. Wo denn der hin? Nein, ich bin kaputt. Speedy, schnell, komm, mach, schick dich. Scheiße, Konkurrenz. Der haut uns ab, ey. Eieieiei, ist der weit weg. Ist der weit weg. Yes, is now. Da geht noch was. Da spinnst du, da geht nix mehr. Yes, is now. Nee, 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 da geht nix mehr, Freunde. Da geht nix mehr. Ich bin der Größte. Das war jetzt hab ich, ne? 1,40. 1,40. Willst du mich verarschen? So, scharfe Kuchen, ja, ja, Vogels, was? Das war's, schade, das war nichts. Nur nicht aufgeben, okay? Okay, schade, 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 aber egal. Wo ist unser, wo ist unser Chocobo? Ach, wir können ihn ja rufen, ne? Ja! Er ist kleiner. Auf geht's, Jungs. Habt ihr alle euren Chocobos, sehr schön. Wee, wee. Da wären wir. Stufe deines Chocobos ist gestiegen, was ist jetzt? Gefiederter Beistein. Dein Chocobo, von dir wird der geliehen Kampf zur Seite stehen. Allerdings hängt das Ganze von seiner Laune ab. Wie geil ist denn das jetzt schon wieder? Chocobo-Sause, dein Chocobo hat die Fähigkeit Chocobo-Sause erlernt. Rufe deinen Chocobo, wenn es im Kampf brenzlig wird, und erbringt dich in Sicherheit. Nur einmal pro Kampf möglich. Wie cool ist denn das, Alter? Wie cool ist denn das? Okay, wir gehen mal, ach, hier kann man noch was machen. Alter, das ist schon wieder hier zu viel, ne? Nicht so trönen. Hey, Kollege. Warte mal, kann ich den auch füttern? Wie kann ich denn absteigen? Gleiten im Sprung durch, halten von, möglich. Ach, wie geil. Wie. Ah, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss auf X, ne? Was schon. Ich muss auf X halten, so Chocobo, bleiben wir hier ganz kurz. Wisst ihr, der Gestank von Chocobos ist irgendwie ein guter Gestank. Wenn du das ernst meinst, kannst du dich ja als Stalljunge bewerben. Na, gute Idee. So eisenreif haben wir hier bekommen. Ach, ist das schön, ist das schön, hat er gemeint. So, wo ist unser Chocobo schon wieder? Da, Jungs, aufsteigen. Ich möchte nur noch mal testen, ob wir jetzt hier wirklich absteigen können, wenn wir draufbleiben. Okay, okay, alles klar. Warte mal, hier gibt es doch bestimmt eine Schatzsuche, Freunde. Hier gibt es bestimmt auch noch mal so eine Schatzkarte hier. Hallo. Okay, gibt es nicht, dann gehen wir da nach drüben, ne? Was labern die eigentlich hier? Hallo, was labern die hier? Nix da. Okay, ähm, sehr, sehr geil. Yo, Speedy, unser Speedy. Wir gucken mal, nein. Da möchte ich noch mal ganz, ganz geschwind zu dieser einen Chocobo-Dame gehen und noch mal unter anderem in den Saloon gehen. Ach, ist das schön, ist das schön, hat er gemeint. Alter, hier hupft in dem sein Fressen rum. Servus. So, wir kaufen. So, das haben wir ja hier. Ach, Camping-Zubehör. Okay. Nein, wollte ich doch nicht. So, Medaillen. Komm, haben wir die nächste Medaille. Rounds-Medaille. Die Aussage ist ein gewonnenes Rennen gegen Prompto. Irgendwie lässt sich den Chocobo lebhafter wirken. Yo, das tragen wir natürlich. Tragen wir natürlich. So, Farben haben wir aktuell nur den. Ach, ist das schön, ist das schön. Wollen wir mal in weiß nehmen? Standard weiß. So, die anderen. Nein, ich bin der König, ich nehme mal den weißen. Sehr, sehr geil. Vielen Dank für deinen Besuch. Sehr, sehr geil. In diesem Sinne, liebe Freunde. Wo ist mein Chocobo? Hier ist er. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir machen hier eine Pause. Und bis morgen. Zu Final Fantasy 15. Dann reiten wir ein bisschen mit dem Chocobo. Ist das cool, was es da alles gibt, ey. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Sehr, sehr geil. In diesem Sinne. Wow, Snapspeedy. Macht's gut. Und bis morgen. Servus. Euer Franconia.